Das Niedrigbett Regia erfüllt persönliche Wünsche in der Pflege. Es verbindet Sicherheit und Wohnlichkeit zu einem neuen Komforterlebnis. Das Regia ist mit seinem Verstellbereich von 26 bis 80 Zentimetern immer auf der passenden Höhe. In der tiefsten Position beugt es Sturzverletzungen des Bewohners vor. Durch seine Drei-Stop-Funktion hält das Regia während der Höhenverstellung automatisch bei ca. 38 Zentimetern, der idealen Position für den Ein- und Ausstieg. Auf der maximalen Höhe ermöglicht das Bett der Pflegekraft ein rückenschonendes Arbeiten. Im Pflegealltag lässt sich das Regia leicht bewegen und bremsen. Dafür sorgen seine Doppellaufrollen mit ihrer optionalen Zentralfeststellung. Die teleskopierbare geteilte Seitensicherung lässt sich mühelos vorn und hinten zweistufig nach oben ausziehen. Dadurch erhält der Bewohner ohne freiheitsentziehende Maßnahmen den benötigten Schutz. Alternativ ist auch eine geteilte verschiebbare Seitensicherung lieferbar. Alle Verstellmöglichkeiten des Bettes lassen sich bequem und intuitiv mit dem Handschalter anwählen. Durch eine selektive Sperrung kann die Pflegekraft festlegen, welche Optionen nur ihr zur Verfügung stehen. Zum Beispiel das Einstellen der Fußtieflage. Praktische Funktionen wie das Aufrichten der Rückenlehne ermöglichen dem Bewohner wieder auf Augenhöhe am Alltag teilzunehmen. Das Regia kann wahlweise mit einer Komfortliegefläche aus 50 freischwingenden Elementen für höchsten Federungskomfort ausgestattet werden. Die Elemente werden einfach auf die viergeteilte Metallliegefläche mit auswandernder Rückenlehne montiert. Durch seine Ausstattungsmöglichkeiten wird das Regia zum maßgeschneiderten Wunschbett. Praktisches Zubehör wie Wandabweisrollen, ein Unterbettlicht oder eine Bettzeugablage erhöhen Sicherheit und Komfort im Alltag. Mit attraktiven Holzdekoren und fünf wählbaren Formen der Kopf- und Fußteile lässt sich das Bett auch optisch an jeden Geschmack anpassen. Das sparsame 24 Volt Antriebssystem bietet Sicherheit. Es versorgt das Bett von der Steckdose an mit einer Schutzkleinspannung. Das Regia – ein Bett mit vielen Möglichkeiten. Triosp undbleibration Riet des Drs. Kontext Der Grund Aggregiermärk Tröichten Riet Vielen Dank.